Jetzt holen wir mal unsere Flugmaschine her, weil das ist so viel besser damit. Oh! Wo kam die denn her? Ihr werdet gleich sehen, wieso ich eigentlich ein PC-Spieler bin, denn ich komme mit Controller nicht wirklich klar. Und deswegen bin ich jetzt hier zum ersten Mal gestorben und ich werde auch noch öfter sterben. Ihr werdet keine Zähne hinterlassen! Oh, dass ich nicht einfach hier unten... Ja, genau deswegen. Ich bin so lange die Items am rumzwitschen. Ja, Dave. Ja, ich merke das Problem auch. Ich bin beim Controller noch auf dem Status, wenn der mir sagt, ich soll Viereck oder Kreis drücken, dann muss ich immer noch gucken, wo jetzt das Viereck und wo der Kreis war. Und deswegen ist das jedes Mal, wenn hier viel Controllers gibt, gebraucht werden. Ein riesiger Krampf bei mir. Ja, lad nach, lad nach, lad nach! Was ein Krampf! Sag mir bitte, dass der gespeichert hat. Zwischengespeichert. Bitte. Ich finde übrigens, Horizon Forbidden West ist eines der wenigen Games, die zumindest nah an Witcher rankommen. Es ist nicht ganz so gut, aber es kommt sehr nah ran. Hoppala. Gott, ey, was liebe ich diese Overpowered-Waffe. Äh, Forbidden West und God of the Ragnarok fehlen mir leider noch aus mangelreichem Plästchen. Ich habe tatsächlich nicht nur deswegen, aber mit deswegen eine Playstation. Ja, es ist. Falls es das Spiel leider noch nicht auf dem PC gibt. Nachladen! Hoppa! Machen wir mal anders. Oh! Warte, würde ich bitte mit dem Controllers packen müssen, dann würde das genauso aussehen. Ja, lad nach! Ja, komm raus hier! Nö! Würde ja auch Nahkampf versuchen, aber das ist total sinnlos hier. Das ist mein Streich! Ähm, Versuch Nummer 3. Wenn jemand mitzielen möchte, viel Spaß. Ihr müsst wahrscheinlich über die 10 kommen. Der übrigens zu leise ist. Hm, ich habe viel gebastelt, Dave. Ich habe viel gebastelt. Ja, das ist, wo es endet. Ja, es ist. Ja! Hopp! Oh, danke schön, Dizina. Vielen, vielen, vielen Dank. Ich glaube, wenn ich hier fertig bin, bin ich ein bisschen gesprächiger. Oh, da ist sicher jetzt erst ein Stich, ein Eis kriegst du auf. Nein, Gott, bitte, nein! Doch, 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 doch. Ich bin auch einfach mal nicht so schnell, ne? So, hier ist eine Eiskiste. Kommst du mal bitte her. Ja. Ich bin auch einfach mal nicht. Ich bin auch einfach mal nicht. Das ist der Müll, der wird konsumieren. Japp. Noch weiter. Habe ich hier irgendwo hoch? Kann ich hier irgendwas anderes machen? Das ist Elektro. Habe ich natürlich alles nicht dabei. Da wird es nicht ausgerüstet. Ich hoffe mal, ob er dich ganz... Ich hoffe, du bist eine Legend. Du bist nichts, aber ich habe dich für Kinder. Das bringt nichts. Alter. Komm vor. Komm vor. Danke. Ich glaube, dieses Witcher 3 mit Controller, das wäre für mich tatsächlich Todesmarsch. Ganz egal, ob ich Todesmarsch einstelle oder nicht. So richtig schön fast zu ziehen. Ich habe viel zu viel Spaß mit solchen Sachen. Du musst entscheiden, dass ich ihr Todesmarsch einstelle. Ich habe sie zuerst geschehen. Und es hat nur Dinge schlimmer gemacht. Sie war das Beste meiner Marschall. Was für ein Wachstum. Aber es ist halb zwölf. Aber vielleicht ist das genau das, was ich brauche. Schwierigkeiten! Was mehr hast du, um zu konspieren? Ob du leben oder sterb. Wie? Was? Wie? Das ist nicht einfach. Das ist nicht einfach. Das ist nicht einfach. Das ist nicht einfach. Ist irgendwie das Falsche. Äh... Kontroll-Testation sind Gewöhnungssache. Braucht auch etwas mit Maus und Tastatur klark? Ja genau! Und ich bin halt super Maus und Tastatur gewohnt. Das ist halt wirklich nur Gewöhnung. Ich weiß das. Aber das... Das braucht halt bei mir irgendwie so ewig mit dem Controller klar zu kommen. Ich bin es halt super gewohnt, mit der Maus wirklich mich sofort um 180 Grad drehen zu können. Und wenn ich das hier mit dem Controller versuche, ich kann es natürlich ein bisschen umstellen, dass der sensibler reagiert. Aber dann kriege ich diese feinfühligen Sachen wieder nicht hin. Das weiß ich nicht, mein Daumen ist dafür irgendwie nicht gemacht. Nachdem du alles, was du getan hast, kann ich dich nicht leben lassen. Ja, genau. Ähm, nein. Nein. Ich war sogar soweit, dass ich geschaut habe, ob man bei diesem Spiel Maus und Tastatur anschließen kann, um das zusammenzuspielen. Anschließen geht, damit spielen geht allerdings nicht. Weil das Spiel einfach die Eingaben nicht erkennt. Was mega schade ist, denn den ersten Teil habe ich am PC gezockt. Mit Tastatur. Ich habe das Gefühl, ich habe in den letzten zwei Tagen mehr Prozess gemacht, als die letzten zwei Monate in dem Spiel. Er hat zu unseren Gäuern außen der Gräufe. Er hat gesagt, er hat einen urgenten Message für den Alp-Lander, der Regala hat. So? Stattet. Es ist für sie alleine. Wie bist du eigentlich auf die Red gekommen, beziehungsweise hier auf mich? Wenn man fragen darf. Ich bin super neugierig. Ich brauche ein bisschen Privatsch. Klicke das Raum. Klicke das Raum mit dem Rest der Regala-Soldier. Ich sehe dich wieder auf der Basis. Du hast den Tribunen gescheitert. Oh, Joni. Dankeschön, Joni. Nein. Mit Regala-Gon, du hast eine Chance, die Zukunft zu bauen, wie du träumst. Gute Singleplayer-Games und schlechtes Gameplay gibt es hier immer zu sehen. Dann muss ich dir das machen. Regala-Gon, du hast es immer wieder zu sehen. Danke. 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 Aber da du Witcher 3 gezockt hast, sind wenigstens die guten Games verhandelt. Aber letztendlich machst du den gesamten Planeten auch. falsch. Ich brauchte nicht die Armee, um die Zenas zu verhindern. Oh, Eloy. Hast du nichts gelernt, was du gegen den Enem bist? Mehr als du, schau dir, was du gefunden hast. Meine Idee ist nur besser, dass du nicht mehr weißt, dass du nicht mehr weißt. Geh auf. Nein, nicht hier. Wir machen das meinen Weg. Gesicht zu Gesicht und mit der Wehren, die du entwickelt hast. Und warum würde ich das tun? Weil ich dein einziger Weg, die Zeniths zu verhindern und die Kopie von Apollo, die auf ihrem Schiff ist. Ich hoffe übrigens, dass ich bei meinem jetzigen Witcher 3-Run nicht wieder das schlechte Ende kriege. Ich weiß nicht, wie ich da hingekommen bin. Ich habe bei meinem ersten Durchspielen das schlechte Ende gekriegt. Und folge die Person, die wirklich weiß, was sie macht. Nicht zu late. Tilda, bist du da? Ich habe es geschafft. Silenz ist auf dem Weg. Also, geh zu meiner Base. Impresiv. Ich werde da sein, wie ich kann. Oh, dieses Spiel ist so voll mit Nebenquests. Jede Ecke gibt es in jedem Quest. Jede Ecke. Vor allen Dingen, der Anhänger, der ist halt schön massiv. Der ist nicht aus Plastik, sondern der ist, so wie es sich anfühlt, aus Metall. Störe ich? Ups. Ich möchte fast sagen, der vibriert noch öfter. Aufzeichnung abgeben. Achso, du meinst den Anhänger. Oh Gott, nein, der vibriert nicht öfter. Ich dachte, du meinst den Stab von ihr. Ähm, ich nehme alles zurück. Der vibriert leider nicht. Gott, ey, was laber ich hier. Oh. Man merkt ein wenig, es ist spät. Ich habe das gelesen, kurz nachdem ich hier mit dem Stab zugeschlagen habe und mein Gehirn hat da sofort eine Verbindung gezogen. Ich werde dir wissen, ob ich mehr Stab finden werde. Zu Basis zurückkehren. Oh Gott, ist das weit. Gucken, ob wir hier irgendwo shoppen können. Ich habe bestimmt wieder so viel Misstarbeit, den ich verkaufen möchte. Wart, ey, wo muss ich... Ich muss... nach hinten. Ja, dieses Lückenfüllen mache ich normalerweise, wenn mir das Spiel irgendwie sagt, das ist jetzt die letzte Mission oder danach gibt es kein Zurück mehr, dann fange ich normalerweise an, so diese ganzen Zwischendinger zu füllen. Bis dahin mache ich die immer mal zwischendurch. Ich muss nach vorne und dann muss ich nach... Äh, links? Gott. Man kann sich hier überall verlaufen. Ich finde das so schade, dass das... dass der DLC nicht mehr für die Playstation 4 rauskommt. So, bin ich jetzt richtig? Nicht ganz. Muss hier raus. Nach links. Oh, alles klar, alles klar. Ich wünsche dir gute Nacht und, ähm... Danke, ne? Danke, danke, danke. Und schlaf gut. So. Ich muss aber auch alle 5 Sekunden auf die Map gucken, weil man sich hier so super geil verläuft. Schlund, der Arena. Irgendwo... Hier? Ja, oh Gott, endlich. So. Ich möchte dir gern Mist verkaufen und schöne Sachen kaufen. Dann gehen wir mal noch mal zu dem Näher hin. Er ist da hinten. Näher. Ei. So. So, wir nehmen natürlich nur, was schick aussieht. Nein. Ja. Ja. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich habe hier vieles schon von. Schnelle Fallstellerin und niedrige Gesundheit-Generation. Mh, wir wachsen mal Medizin. Nee. Er kann schon ausweichen, kritischer... Ach, nee. 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 So, hier ist der Nebenquest. Was auch sonst? War das hier lang? Nein. Ach, hier ist es. Hier, hier, hier. Hey. Nee. Ich weiß nicht. Nee. Nee. Sie braucht die Arena. Sie ist unsere einzige Hoffnung, um es zu öffnen, wieder zu öffnen. Sie braucht die Arena? Aber das Kühlschrank ist vorbei. Das stimmt, aber wir benutzen die Arena auch, um die Tribe's morale zu erhöhen. Wir benutzen sie für die Training. Herd in Maschinen, damit unsere Soldaten können die Gläufe des Kiel in einem Kontrollen. Das, natürlich, boosts morale. Aber Chief Hekarro wird uns nicht wieder öffnen die Arena, bis die Ballista zu retten der Feld ist. Wir brauchen es, wenn eine Maschine läuft amok. Und es wurde verabschiedet während der Kühlroute. Die Teile, die wir brauchen, sind nicht leicht, um zu finden. Ich verstehe. Du brauchst mich, um ein paar Maschinen zu holen. Oh, eine Fetch-Quest. Wie ich sie liebe. Wir haben jemand anderes gefragt, aber jeder Squad in der Grove ist auf alert. Aber die Aufgabe ist nicht ohne Kompensation, richtig, Kala? Natürlich. Als die Arena wieder öffnet ist, würde ich mich erinnert, dich zu kümmern. Eine große Maschinen gibt es auch. Und ich werde euch Preise für die Erfolg. Nicht nur aus der Arena, aber auch aus den Metallen, in den Händen. Du kannst sie für einige von der Tribes sehr besten Gäste verabschieden. Um die Ballista zu retten, brauchen wir ein Sinew aus einer Rollerback, mit ein paar Bristleback-Tusken. Ja, okay. Ich habe verstanden. Ja, Fetch-Quest. Hier. Ah. So, da ist was Unbekanntes. Da gehen wir hin. Ah, meine Kiste. Oh. Moment. Erstmal Munition herstellen. Und dann nehmen wir das Zeug. Und dann nehmen wir das Zeug. So. Ähm. Ist das noch mehr Fragezeichen? Oh Gott, ey. Ja, dann nehmen wir die ganzen Fragezeichen mal mit. Um. Oh. Ähm. Entschuldigung. Ich habe keine Tags gerade jetzt. Kein Problem. Lass mich wissen, wann du eine findest. Lass mich mit, haben wir das jetzt schon in der Zeitstelle in der Zeit mögen. Lass mich mit Dahlien. Höhm ja. Hä. Hey. Tja. 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 Ja, 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 ja. Wo sind wir jetzt hier eigentlich? Damit ich hier später wieder hinfinde. Äh, schlund der Arena irgendwo westlich von meinem Hauptlager. Ähm, dich brauchen wir hier nicht? Da ist dann noch ein Fragezeichen gewesen? Ich glaube nicht. Oder doch? Ne, dann gehen wir wieder raus. Aha. Walk with honor. Walk with honor. Walk with honor. Your honor is fine. Play the door. Blood of the Ten. Durchlassen, danke. Oh Gott. Oh Gott. Das ist, ähm... Lagerfeuer in der Nähe ist... Das hier. So, jetzt holen wir mal unsere Flugmaschine her, weil das ist so viel besser damit. Oh, wo kam die denn her? So, nix mehr ohne dich. Nix mehr ohne dich. Auch schön, dass der Controller beim Fliegen durchgehen vibriert. Das ist, ähm... Also... Das ist, ähm... Ich bin nicht nur noch... Ja. Jetzt ist es, ähm... Oh Gott. Oh, wie weit sind wir noch weg? Oh, verdammt. Irgendwo hier war es? Irgendwo hier war es? Irgendwo hier unten? Oh, gehen wir mal gleich da hin. Wollen wir hier landen? Mehr oder weniger, ja. Was? There's Marshal Yvira. With one of them missing Tanakhth. We have to go back! You're not going back in. You need a medic. But Dex! You saw what happened as clearly as I did. Marshal Yvira. I heard you were sent to rescue some Tanakhth who went into the valley. I'm guessing you must be one of them. Where are the others? See, they didn't make it. I had to fight off several machines just to get Kanala out. The valley was closed months ago for good reason. Machines have gathered in number as if they're drawn there by something. Not to mention the strange glowing lights off the coast. The valley is cursed. We never should have gone in. Hmm. You said there are strange lights off the coast. From an island to the south. They appeared one day out of the blue around the same time the machines moved into the valley. There have also been reports of a streak of light that rises and falls in the sky above the island. I saw it on the fourth night. A flame that climbed in the sky until it disappeared among the stars. Is there any way to get to the island? No. The currents between the island and the shore are too strong. You'd drown for sure. Well, it's on an island. I wonder if this has something to do with the zeniths. Don't know what any of that's about, but maybe? Hmm. Hmm. If the valley's been off limits for months, why did you go in? We wanted to run the trial. The valley is a great test for lowland soldiers. Survive for 10 days and nights. Take down any machine that stands in the way. Dax had a plan. We'd hunt down each machine one by one until we cleared the valley. Earned the clan's respect. But we got separated from Yvacca after the third day. Then machines cut us off from the way out. By the time Marshal Avira found us, we were wounded and out of supplies. More machines attacked us as we made our escape. Dax was right behind us, but he couldn't run fast enough. A lot of machines in one place. Sounds bad. He looked very good. I better look into it. See if I can put a stop to it. Then I'll come with you. Fight by your side. No. Better let me take a look first. Trust me. It's for the best. I guess if you insist. Once you're in the valley, head to the Great Falls in the cliff south of the Metal Devil. The machines seem attracted to those sites. Got it. Thanks. We'll rest here a while more, then head to the Medican Falls edge. Strike true as the 10, Aloy. Gibt's noch was zu looten? Nein, aber mein Gefährt eskaliert immer noch. Der Wind ist stark. Ich muss aufrecht bleiben. Oh, das ist eine Maschine. Das ist wie ein Kind der Lure. Oh, Grünglanz. Ähm. Oh no, oh no, oh no. Ich will erst das hier mitnehmen. Das war nicht geplant, aber wieder hoch. Oh Gott, ist das praktisch mit dem Ding hier. Gibt hier noch was? Ist das da unten? Oh, ne Fackel, okay. Oh Gott. Gut, das war einmal die falsche Taste gedrückt. Ist jetzt auch groß. Ich lauf lieber. Ich will wenigstens nicht so tief fallen. Oder doch? Das Lagerfeuer. Das haben wir anscheinend schon. Gehen wir zuerst hin. Links, rechts, links, rechts, links, rechts. Links. Aber, zurück zu dem aktuellen Problem. Ich muss die Bereiche, die von Euron erwähnt haben. Nach dem großen Wasserfall, nach dem Horaus auf der Räge. Sind noch wichtig. Träum, nach dem Wasserfall. Auf der Räge. Auf der Räge. Fertig. gegen Eis und Frost. Können wir die Waffe abnehmen? Und... Hörner. Lass mal die Waffe abnehmen. Stehbleiben. Ich hoffe, er ist entfernt. Warten wir kurz. Dass der mich vergessen hat. Ah! Nicht schon wieder langsam. Was hat er denn überhaupt gekriegt? Ich glaube, es sind die hier, ne? Ja. Gut. Danach mit der Waffe. Jetzt hat er mich gesehen. Crap. Da hat sich die Waffe fallen. Das sind... Und... Oh. 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 Lief du euch ab, Mann.